Mahlzeit, da sind wir mal wieder. Wie ihr seht hier vorne, die Gurke nimmt gerade überhand, aber die wächst richtig genial. Wir haben bestimmt schon 10 Gurken gehabt und die kriegen so über 600-700 Gramm. Richtig fette Dinger, sind noch einige dran, ich denke mal bestimmt schon 15 Stück kriegen wir noch. Hier die Paprika, die geht langsam unter da drin, wächst aber gut, dann haben wir hier noch was gekauft, ist auch prima, das sind die Tomaten, kommen auch so langsam alle. Die hier wächst nach oben, wie sie soll, diese hier. Und die anderen, diese hier von Tom, die hatte ich, das sind so rankende Tomaten, deswegen wachsen hier nicht in Höhe. Hier die anderen Tomaten, wachsen auch ganz gut und dann haben wir noch hier, versuchsweise, habe ich mal hier vorne Kohlrabi, vier Stück eingesät, die wachsen und die verliert die Blätter, ja, keine Ahnung warum. Ja, das war das soweit. Johannesbeeren sind fertig. Das war das Update im Ende Juli. Wie ist denn, der kleine Byron wächst auch, der Teufel. Wann ich? Der wächst und wächst. Der ist jetzt in vier Wochen von 8 auf 14,5 Kilo gewachsen. Ja, was denn? Komm mit hoch. Ja, komm mal her. Feiner Junge. Ja, das ist der Bayron. Der alte Kletter. Komm her. Warte, warte, warte. Und ich kann auch von unten gucken. 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 Fein. So, dann bis zum nächsten Mal.